Was ist für mich momentan ein bisschen zu schwierig, denn ich bin noch nicht, wo ich möchte. Wenn ich diese Zeit oder diese Punkte erreiche, dann kann ich dir mehr Informationen geben oder mehr sagen über meine Zukunft. Aber wie gesagt, momentan fühle ich mich ganz gut und ich hoffe, es wird so bleiben. Wenn das so bleibt, dann vielleicht spiele ich noch ein Jahr, sonst werde ich es noch sehen. Für mich ist wichtig, ich habe immer Spaß, wenn ich auf dem Platz bin, das ist für mich auch wichtig und nicht, dass wenn ich auf der Bank liege, weil ich ein Problem habe, da habe ich keinen Spaß. Wenn alles gut ist in meinem Körper, in meiner Fitness, dann werde ich noch weitermachen, wenn nicht, dann nicht. Deswegen kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, was es wird.